Norddeutschland So, gleich spielen wir noch nicht. Vielleicht werden wir sie durchschlucken. Jetzt ziehst du das aus. Nein, jetzt ziehst du das aus. Oh, schau, jetzt klingt die Sonne. Von der Autobahn kann man das jetzt geil sehen. Ja, ich habe es von der anderen Seite schon mal gesehen. Ist das geil? Ach, du feinste Füße! Was denn hier? Wie gesagt, das ist akkade Füße. Oma, jetzt läuft der gar nicht richtig ab. Es wird weniger. Was? Es wird schon weniger. Guck mal, jetzt fühlt sich das da vorne mit Wasser. Aber da war auch immer so. Das ist schön. Mama und Oma und Opa. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal.